Ja, schönen guten Abend und herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Weiß. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zum heutigen Webinar gemeinsam mit Christoph Radecker von NinjaTrader. Und ja, es geht weiter mit der Webinar-Reihe rund um den NinjaTrader und zwar Futures Trading mit NinjaTrader 8. Wir schauen uns an, ja, die wichtigsten Grundlagen, wie kann man überhaupt eine Verbindung herstellen mit dem NinjaTrader zu FX Flat, ja, was sind die Charting-Grundlagen und so weiter und so fort. Also all das lernen Sie in dieser Webinar-Reihe und ja, es werden sicherlich jedes Mal interessante Dinge auch wieder dazukommen. Sie sehen jetzt schon auf der Homepage von FX Flat, wie Sie an den NinjaTrader kommen oder wenn Sie damit handeln wollen, gehen Sie dementsprechend über die Handelsplattform NinjaTrader und da haben Sie also wirklich die Möglichkeit NinjaTrader mit niedrigen Margins, dementsprechend auch Futures zu handeln. Also hier finden Sie alle weiteren Informationen und dann auch Videos, sprich Webinaraufzeichnungen und so weiter und so fort. Wenn Sie Fragen haben während des Webinars, gerne haben Sie die Möglichkeit, rechts im Chat Ihre Fragen loszuwerden und ja, jetzt möchte ich gar nicht viel erzählen, ich möchte direkt rübergeben zu Christoph Radecker und der wird dann starten mit dem NinjaTrader. Hallo Christoph, grüß dich. Hi Christian, schönen guten Abend, liebe Trader, liebe Interessenten, schönen guten Abend heute an diesem spannenden Tag. Heute bewegt sich ja doch ein bisschen was an den Märkten, daher dachte ich mir heute, packen wir ein paar verschiedene Themen an, wie Christian vorher gerade gesagt hat, bitte Fragen stellen, jederzeit bitte. Ich habe da natürlich eine gewisse Gedankenvorlage, über was ich sprechen möchte heute, aber trotzdem, wenn individuelle Fragen sind, werde ich natürlich versuchen, die zu beantworten. Okay, Themen heute sind, erstmal möchte ich ein bisschen starten mit der allgemeinen Analyse. Warum? Also hat man ehrlich gesagt den Grund, dass der DAX doch heute oder die Europäer deutlich heute unter Druck kommen und die Amis sind im Grunde ja noch super stark, also aus diesem Grund habe ich da jetzt mal den DAX-Chart in dieses Diagramm kopiert. Untendrunter seht ihr dann die Mini-DAO-Jones, also YM, das sind beides Endless-Kontrakte und dachte mir, okay, wenn ich jetzt hier mal an die Analyse rangehe, wie kann ich die denn effizient, so effizient wie möglich machen, kann mir aber natürlich auch die Korrelationen anschauen, jetzt beispielsweise vom DAX zum Mini-DAO, kann mir da natürlich auch noch beispielsweise den Euro reinkopieren, weil das natürlich dann auch noch so ein Punkt wäre, wie sich denn der Euro dann hier verhalten hat. Generell die Basics, kam gerade die Frage von Rüdiger, haben wir auf YouTube einen Kanal, den werde ich dann gleich mal reinkopieren, wo ihr euch auch noch Videos anschauen könnt und wir werden das ja auch hier jetzt bei FX Flat in den nächsten Wochen und Monaten erarbeiten. Generell, Rüdiger, wenn du Fragen hast, wenn du irgendwas hast, wo du sagst, okay, das möchte ich wissen, entweder wende dich bitte an FX Flat oder wende dich auch an mich. Ich versuche jetzt hier mal, ich schreibe gleich meine E-Mail-Adresse hier rein, dann geht nicht, also meine E-Mail-Adresse ist christoph.niniatöder.com mit CHPH, werde dann gleich noch mal versuchen, um das reinzuschreiben. Okay. Und dann kam die Frage, auch noch eine Frage zu den historischen Daten, was denn in der Lifetime-Lizenz enthalten ist, was braucht man, was kostet es. Genau, gehe ich auch gleich darauf ein. Wunderbar. Okay, was ihr eben jetzt hier seht, also ich fange jetzt hier mal mit dem Charting an, ist jetzt hier ein Chart vom FDAX, ich werde jetzt hier mal den Mini-DAO rauskopieren, fangen wir mal mit dem an. Ich habe den jetzt einfach angewählt und bin auf Entfernen auf der Tastatur, also es ist relativ einfach damit zu arbeiten und möchte mir jetzt hier mal eine generelle Analyse machen, sprich eventuell Trendlinien, aber auch horizontale Widerstände, Unterstützungslinien. Kennt jeder aus jeder anderen Plattform heraus, was ich hier oben schon mal drin habe, das ist im Grunde hier dieser Fake-Ausbruch, den wir gesehen haben, letztes Jahr, Ende letztes Jahres und seitdem kommt der Index nicht auf die Füße. Was ich machen möchte, im Generellen, um euch das ein bisschen zu zeigen, in den Zeichenwerkzeugen ist folgendes. Der NinjaTrader hat ein Tool, das oder hat eine Möglichkeit, Zeichenwerkzeuge, sei es eine Linie, sei es eine Gerade, Fibonacci, schieß mich tot, im Grunde in jedes weitere Fenster, in diesem Fall vom F-DAX hinein zu kopieren. Und das nennen wir Attached-to-Funktionalität, das ist auf Deutsch, glaube ich, sagen wir anheften an. Das ist ein bisschen unglücklich, aber im Endeffekt ist mir da ehrlich gesagt nichts Besseres eingefallen. Ich möchte euch das kurz zeigen, wie das geht. Ich habe jetzt hier ein Unterstützungsniveau eingezeichnet. Das ist der DAX ja dann doch Ende Juni, Juli, da haben wir abgeprallt. Dann haben wir noch einen Rückläufer gesehen im August und jetzt nähern wir uns dem Ganzen wieder an, brechen wir oder auch nicht. Wichtig ist jetzt mir hier diese Attached-to-Funktionalität, die wiederum in jedem Zeichenwerkzeug funktioniert. Ich mache dazu einen Doppelklick oder einen Klick jetzt erst mal auf dieses Zeichenwerkzeug, kann dann entweder via Rechtsklick mit der Maus die Eigenschaften aufrufen oder eben mit einem Doppelklick auf das Zeichenwerkzeug auch diese Zeichenwerkzeuge aufrufen. Ihr seht jetzt hier unter den konfigurierten Zeichenwerkzeugen auf der linken Seite WD-Linie, gerade wie auch immer, die wir hier in diesem Chart definiert haben. Mir geht es jetzt hier um dieses Rechteck, um dieses Unterstützungsniveau. Farblich kann ich das natürlich anpassen, wie ich will. Die Opacity, das ist im Endeffekt die Deckkraft, also wie die Deckkraft in das Blau-Intern wäre. Wenn ich das ein bisschen einfacher mal auf 10 setze, dann sieht man, das Ganze wird ein bisschen durchsichtiger. Mir geht es jetzt hier um diese Anheft-An-Funktionalität. Das ist gleich mal hier unter Allgemein in der ersten Zeile. Und wenn ich da draufklicke, haben wir hier zwei Optionen. Ich habe jetzt hier nur, heute beim Nino-Trailer, glaube ich nur zwei FDAX-Charts auf. Einerseits kann ich hier anheften an FDAX, diesen Tagesschart, den ich jetzt hier offen habe, oder eben den FDAX an alle Charts. Und im Grunde ist es so, wenn ich diese Option anwähle, macht der Folgendes, oder macht Nino-Trailer Folgendes, dass sich, wenn ich jetzt einen neuen Chart öffne, zeichnet er mir hier diese Linie oder dieses Rechteck gleich mit ein. Und ich meines Erachtens ist es eine relativ brauchbare Geschichte, weil im Grunde das Arbeit einfach Arbeit erspart. Jetzt hole ich mal den zweiten FDAX-Chart her, oder mache mir einen neuen auf, dupliziere das Ganze mal, gehe in den Minutenbereich rein, und dann sehen wir hier schon mal, dass hier dieses Rechteck eben drin ist. Also ich glaube, das ist eine ganz interessante Geschichte. Man kann sich da eben bei der Marktvorbereitung, oder wenn man seine Hausaufgaben zum Markt macht, sehr, sehr viel Zeit sparen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz elegant gelöst und ist auch relativ vielseitig eben einsetzbar. Also das jetzt hier mal kurz zur generellen Analyse, wie kann ich Zeit sparen. Das Ganze gilt natürlich, wie ich es vorher gerade gesagt habe, auch für jegliches andere Zeichenwerkzeug, sei es jetzt, wie gesagt, ein Fibonacci-Tracement oder eine Linie. Wenn man über Fibonacci spricht, und das möchte ich jetzt ein bisschen machen, haben wir im Ninja-Trader einige Zeichenwerkzeuge mit drinnen. Und wir haben jetzt beispielsweise hier die normalen Retracements, wir haben aber auch Extensions mit drinnen und auch Fibonacci-Time-Extensions. Ich möchte jetzt hier kurz mal über diese Extensions sprechen, und bitte nagelt mich nicht fest, falls ich das jetzt hier falsch einzeichne, mir geht es jetzt hier um das Allgemeine. Folgendes, wir haben das relativ oft, dass viele Kunden im Endeffekt etwas einzeichnen oder ein Zeichenwerkzeug abändern möchten und das Ganze eben immer so übernehmen. Also im Englischen würde man sagen, ich möchte mir ein Template erstellen, auf Deutsch sagen wir dazu Vorlage. Ich möchte eine Vorlage haben und möchte diese Vorlage auch als Standard definieren. in dem Fall, weil ich einfach beispielsweise bei dieser Fibonacci-Extension nicht interessiert bin an diesem 23er-Level und auch vielleicht nicht am 76er-Level. Entschuldigung. Es ist so, auch wiederum hier, gehe ich jetzt mal auf diese Linie, wir sehen dann hier einige Punkte entstehen, und wenn ich auf diese Punkte gehe, kann ich wieder dieses Zeichenwerkzeug eben, kann ich mir eben Einstellungen vornehmen. In dem Fall möchte ich mir hier diese Levels eben abändern, wenn ich jetzt hier über diesen Punkt Levels fahre, kann ich dieses eben editieren. Auf die Fragen, die kommen übrigens, gehe ich gleich ein. Ich möchte bloß dieses Thema Zeichenwerkzeuge kurz abschließen, weil es, glaube ich, jetzt speziell, wenn wir uns jetzt hier so vielleicht doch kurzfristig am Ende von diesem Wahnsinns Bullenmarkt befinden, weil eben Unterstützungen, glaube ich, dann doch ganz wichtig sind. Diese Levels, ich klicke da mal drauf und dann sehen wir eben hier ein neues Fenster entstehen, wo wir eben Änderungen vornehmen könnten. Man kann Änderungen vornehmen, man kann hinzufügen, neue Levels, oder auch, wie gesagt, dieses Zeichenwerkzeug im Endeffekt abändern. In dem Beispiel entferne ich mal die 76er, 23er und das 50er. Ich kann natürlich die Eigenschaften zu jedem Level farblich gestalten, wie ich es haben möchte. Klicke auf OK. Und jetzt kann ich natürlich noch Folgendes einstellen. Ich sage, ich erweitere mir das Ganze mal nach rechts und dann möchte ich das Ganze als Vorlage speichern. Ich habe es vorher gerade angesprochen. Dies ist jetzt dann die Einstellung mit diesen vier Levels für diese Extensions, die ich immer verwenden möchte. Klicke hier auf Vorlage, klick auf Speichern. Und jetzt ist dieses Fenster leer. Und wenn ihr das Ganze immer als Vorlage verwenden möchtet, bitte speichert hier das Default. Default heißt auf Englisch Standard. Und wenn wir das jetzt hier abspeichern unter Default, dann wird eben das Ganze auch so abgespeichert werden. Ich zeichne das Ganze nochmal neu ein, beziehungsweise womöglich, suche mal ein anderes Level. Ich zeichne das Ganze nochmal ein. Vielleicht für weitere Moves Down. Dann würden wir hier sehen, dass eben hier eben diese Änderungen übernommen worden sind. Also wie gesagt, ich glaube, wenn man mit Linien arbeitet, wie auch immer, ist das eine ganz hilfreiche Geschichte, also diese Vorlagen abzuspeichern. Also das wollte ich nur kurz vorher sagen. Ich gehe jetzt auf die Fragen kurz mal ein. Von JD. JD, hi. Kannst du bitte was zu den historischen Daten sagen? Was ist in der Lifetime-Lizenz erhalten? Was hat das mit Kinetech auf sich? Wer braucht das? Und was kostet es? Okay. Generell historische Daten über FX Flat. Mit FX Flat habt ihr Zugang zu der Continuum-Schweigstich-CQG-Technologie. Und das bedeutet folgendes, dass ihr im Endeffekt kostenlose historische Daten bekommt. die weit zurückgehen, aber auch historische Tick-Daten bekommt. Die ganze Infrastruktur von Continuum, die eben als FX Flat auch anbietet, ist wirklich speziell für den Futures-Bereich entwickelt. Da geht es, das große Thema ist ja jetzt immer ungefilterte Tick-Daten, die eben euch das Bild der Märkte liefern sollen, was wirklich passiert. Also im Endeffekt gibt es da im Grunde in der Futures-Welt, gibt es, würde ich mal sagen, zwei große Technologien in dem Fall. Das eine sind gefilterte Daten und das zweite nennt sich Market-Snapshot-Daten. Market-Snapshot-Daten, das könnt ihr euch so vorstellen, wie so eine Team-Wie übertragen. Das ist immer wieder, wenn jemand auf eine Kamera klickt und dir in diesem Moment ein Bild schickt vom aktuellen Marktgeschehen. Das heißt aber nicht, wenn die Märkte schnell sind und wenn Sell-Offs im Grunde sind, sind in der Regel natürlich deutlich schneller wie jetzt ein steigender Markt. Da geht zum Teil was verloren. Ungefilterte Tick-Daten sind in diesem Fall Daten, wo nichts rausgefiltert wird, wo eben volle Bandbreite benötigt wird und das ist das, was eben diese Continuum-Technologie euch bietet. Da geht es um Live-Daten. Diese Live-Daten werden von Ninja Trader gespeichert und euch dann eben als Nutzer dieser Continuum-Technologie eben auch zum Download für historische Daten zur Verfügung gestellt. Ein paar Infos dazu. Diese, wie ich gesagt habe, diese Daten, die sind kostenlos, die werden für alle wirklich beliebten Märkte gespeichert. Wenn wir jetzt, genau, also die werden für alle beliebten Märkte gespeichert, sei es der DAX, Eurostox-Bund oder amerikanische Index-Futures oder auch Währungs-Futures oder Rohstoff-Futures werden die gespeichert und die könnt ihr euch laden. Das seht ihr im Endeffekt nicht, das Ganze ist kostenlos, aber das Tolle dabei ist, ihr bekommt für alle beliebten Instrumente wirklich Daten, die mehr als zehn Jahre zurückgehen. Ihr bekommt Minutendaten und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, wo auch deine Frage darauf abzielt oder wo vielleicht oft Fragen kommen. Minutendaten gehen auch mehr als zehn Jahre zurück und Tickdaten gehen mindestens ein Jahr zurück. In der Regel kappen wir Tickdaten einfach bei einem Jahr, hat einfach den Hintergrund, weil hier die Datenmenge extrem groß ist. Wer den Namen Tickdaten oder diesen Begriff Tickdaten noch nie gehört hat, Tickdaten ist die geringste oder hat die größte Datenmenge, weil eben die Auflösung der Daten am größten ist. Also hier wird bei Tickdaten jeder einzelne Trade gespeichert und eben dann von den historischen Datenservern abgerufen. Tickdaten sind natürlich dann aus diesem Grund auch am genauesten und werde dann auch später noch ein Beispiel bringen, wo Tickdaten auch beispielsweise zum Laden von Daten benötigt werden. Kinetic war die andere Frage, wird das gebraucht, ist das nötig und ehrliche Antwort ist die, 99% unserer Kunden brauchen das nicht. Warum? Wenn du Futures-Händler bist oder Forex-Händler bist, dann liefert ist das Paket, was dir über diese Continuum-Lösung zur Verfügung gestellt wird, ist sehr, sehr gut und ist ehrlich gesagt sogar besser wie Kinetic. Kinetic im Tick-Bereich liefert dir während der US-Handelssession, also jetzt von 15.30 Uhr bis 22 Uhr deutscher Zeit liefert dir nur 5 Tage Tickdaten, nachbörslich dann 3 Monate. Die Continuum-Technologie von Nina Trader selbst, die eben FX Flat hat, lieferte ein Jahr immer durch die Bank. Also sprich, du erhältst mehr Daten, die historischen Daten kosten auch nichts und aus dem Grund ist das Ganze sehr, sehr gut. Kinetic Daten sind meines Erachtens für Trader interessant, die Aktien handeln, die hochaktiv sage ich mal Aktien handeln, weil im Endeffekt ist es so, Kinetic liefert dir wie Continuum auch ungefilterte Tick-Daten, aber auch für Aktien. Also wenn du jetzt ein Aktienhändler bist, der sage ich mal die Apple oder die Tesla oder wie auch immer sculpt, dann ist das wahrscheinlich eine Option, die man überdenken kann. Ansonsten, wenn es dir um Futures geht, ist die Continuum-Technologie und ich sage immer unsere Standardlösung unter Anführungsstrichen ist die wirklich gut genug. Genau. Auch die Kostenseite nochmal betrachten, wenn ihr jetzt ein angenommen Konto überlegt, bei FX Flat aufzumachen und angenommen ihr möchtet jetzt hier die CMI-Börse handeln, also wo beispielsweise der E-Mini S&P gehandelt wird oder der Nasdaq-Future, auch die Währungsfutures übrigens, dann kostet das Ganze 7 Dollar pro Kalendermonat. Also das ist ehrlich gesagt sehr, sehr günstig. Also man erhält hier Level 2 Daten ungefiltert plus eben kostenlose historische Daten. Wenn man die Kinetic-Lösung mit Konto dagegen legen würde, dann ist man da, würde ich mal sagen, bei 90 Dollar etwa, wahrscheinlich sogar bei 100 Dollar ohne Konto und jetzt bitte festschnallen, reden wir da bei 200 Dollar aufwärts. Weil es gibt die Börsen geben den Tradern einen Rabatt, wenn er live handelt beziehungsweise live handeln kann, dann bekommt man eben hier eine satte Rabattierung. Statt 93 Dollar sind das dann 7 Dollar als Beispiel. Also das jetzt hier zu Kinetic, bitte hier nicht verwirren lassen, das ist eigentlich meines Erachtens wirklich nur hilfreich für Leute, die eben Aktien handeln oder hochfrequent Aktien handeln, die jetzt aus dem Aktienbereich wirklich Daytraden und nicht Aktien Swingtraden beispielsweise. Dann kam eine weitere Frage, FDAX, Mini-FDAX, da hat Interactive Brokers oder CapTrader hat jetzt hier eine Limitation, bzw. NinaTrader hat hier eine Limitation, da Interactive Brokers das Symbol vom FDAX oder vom Mini-FDAX, die haben jetzt hier den selben Namen, das ist jetzt hier über die FX Flat-Lösung möglich, du kannst den FDAX als auch den Mini-FDAX wenn du willst zeitgleich handeln, du kannst beide gleichzeitig handeln und auch analysieren. Im Endeffekt kam die nächste Frage, wenn man IB-Daten hat, wie der Continuous-Kontrakt gebaut wird, den macht NinaTrader automatisch, also NinaTrader mergt, nennt sich das, also führt die Kontrakte automatisch zusammen auf den aktuellen Frontmonat, also auf den aktuellen Kontrakt. Okay, es kommt eine Frage zu den Linien im Chart mit Preislevel, gibt es eine Möglichkeit zum Beispiel im Chart das letzte Tief zu markieren und der Kurs, eine Sekunde, ich lese das schnell. Es ist eine Frage da, ich glaube von Sebastian und die ist, gibt es eine Möglichkeit beispielsweise Linien mit Linien mit einem mit dem Level, mit dem Preislevel zu markieren, also ein Punkt dazu, wenn ihr hierzu beispielsweise Fragen habt, was in der Demo nicht findet, das ist ganz wichtig, wir haben beispielsweise Zeichentools, wo beispielsweise, jetzt muss ich mal schauen, ob ich das hier noch drin habe, habe ich nicht, wir haben beispielsweise auch Linien, beispielsweise, wo eben die Preislevels nach angezeigt werden, also das haben wir alles mit drinnen offen gesagt, also wie gesagt, wenn ihr hier einen speziellen Wunsch habt, also in der Regel im Normalfall offen gesagt, haben wir das Ganze schon gebaut oder ist zumindest auf unserer Supportseite zu finden, vielleicht Sebastian schreibt mir da eine E-Mail und schauen wir uns das Ganze nochmal an. Ein Punkt von Rüdiger, CQG ist Continuum, korrekt, ja, das ist genau dieselbe Infrastruktur, also CQG oder Continuum ist eine Tochterfirma von CQG, hat ehrlich gesagt lizenzrechtliche Gründe, warum das bei uns NinjaTrader Continuum heißt und nicht CQG, ist aber genau dieselbe Infrastruktur, auch das magnetische Anlegen sollte eigentlich gehen, da ich das nie mache, ehrlich gesagt, bin ich die Frage ein bisschen übergangen, schaue mir das aber an und liefere das nach Sebastian. Okay, dann kam eine Frage zum Volumenhandel, Orderflow Trading oder, und dann ist die Frage, ob Atas die bessere Wahl ist, von Peter, Peter, die ehrliche Antwort ist die, wir haben, ehrlich gesagt, speziell in den letzten Wochen, muss ich mal sagen, sechs bis acht Wochen, relativ viele Leute, die rüber wechseln von anderen Plattformen wieder zu uns, warum, seit wir eben dieses Orderflow Plus rausgebracht haben, ist das Ganze aus mehreren Gründen mit Sicherheit für viele Trader interessant, es gibt natürlich Plattformen, wie du jetzt sagst, Atas, die darauf spezialisiert sind, auf Volumenanalyse, die das anscheinend auch, ich habe das nicht hundertprozentig im Blick, die das aber auch recht gut machen, trotzdem ist das, wie gesagt, nur ein Teil der Gleichung meines Erachtens oder beziehungsweise was ich eben von vielen Tradern höre, die andere Plattformen nutzen, unter anderem auch die, die du da angesprochen hast, dass eben die Trade-Verwaltung, das Trade-Management, worauf ich dann heute später auch noch eingehen möchte, eben im Nindertöre der Schöne ist. Okay, wunderbar. Okay, wir haben eben, mir ist das in den ersten Schritten darum gegangen, dass wir ein bisschen über die Zeichenwerkzeuge reden, weil es eben ein Punkt ist, der ab und zu kommt. Eine Sache, wie gesagt, von Sebastian würde ich nachreichen und ich möchte jetzt eben auf einen Punkt kommen oder das war jetzt eben der Punkt, worum es mir geht, auf den SuperDOM-Volumenanalyse-Eingabe, werden wir dann danach noch darüber sprechen. Was ist der DOM? Welche Möglichkeiten habe ich den DOM zu verfeinern? Ich kann beispielsweise auch Indikatoren, wenn ich das möchte, in den DOM mit einfügen. Ihr seht jetzt hier den Mini Dow Jones und den werde ich mir jetzt hier gleich nochmal herholen. Okay, was habe ich hier? Okay. Ich hole mir hier diesen DOM nochmal her und was ihr hier seht, ist im Grunde im Hintergrund der Mini Dow Jones eben in ein Minuten Darstellung. Ihr seht jetzt hier schon einige Volumentools, die wir hier drin haben in dem Orderflow Plus Paket und werde jetzt erst mal ein bisschen über den DOM sprechen. Ja, das geht. Also es gibt, ist eine neue Frage von JD, kann ich Pivot-Punkte, Linien auf Tages-Wochen-Basis einzeichnen? Klar, also wir haben dafür eigene Indikatoren offen gesagt. Das ist überhaupt kein Thema. Also wie gesagt, hier, wenn du Fragen hast, wie gesagt, entweder durchsuche unser Support-Forum, da wirst du das zu 100% finden. Wirklich eigene Tools, die dir eben hier die, die dir, die beispielsweise Pivots auf Wochenbasis anzeigen oder eben hier, ich weiß gar nicht, ob der, unser Standard-Pivot, ob der das drin hat. Okay, wir haben jetzt hier beispielsweise die Pivot-Range sogar standardmäßig drin, monatlich, wochen, wöchentlich. Also daher ist das eigentlich alles mit drinnen. Okay, zurück zum DOM. Generell, ihr werdet im Ninja-Trader zwei Arten vom DOM finden. Es gibt einen statischen und einen dynamischen DOM. Ihr seht jetzt hier den statischen DOM, der ist speziell für Trader, die aktiv, die hochaktiv Futures handeln möchten, wahrscheinlich die Wahl. Hat einen speziellen Grund, da sich eben hier die mittlere Preis leitet. Also diese Spalte, wo der Preis ist. Jetzt sind wir ja bei 25.844. Diese ändert sich nicht. Also im Endeffekt ist es so, der Preis läuft nach oben, nach unten. Das ist dieser statische DOM. Da gibt es von Trading Technology ein Patent drauf. Also wenn man das nutzen möchte, muss man das Akt freischalten lassen. Und alternativ gibt es noch den dynamischen DOM, den ihr auch auf der Demo habt. Jetzt schaue ich mal, ob er mir den überhaupt erlaubt. Erlaubt mir nicht, weil bei mir der statische freigeschalten ist. Aber hier, wie gesagt, ist jetzt hier der statische. Also wie gesagt, wenn man hier Fragen hat, es gibt zwei Arten vom DOM, statisch als auch dynamisch. Wichtig, oder wenn ihr hier, wenn ihr ein hochaktiver Scalper seid, oder jemand seid, der sagt, okay, ich möchte hier wirklich kein Fehler, Risiko haben, dann ist wahrscheinlich der dynamische DOM die eure Wahl. So, wir sehen jetzt hier drei Spalten, Kauf, Preis, Verkauf. Im Endeffekt sehen wir dann, unterhalb des aktuellen Kurses, sehen wir aktuelle Limitaufträge, die eben hier drauf warten, abgeholt zu werden. Überhalb des aktuellen Kurses, oder des letzten Kurses, der gelb dargestellt wird, seht ihr aktuelle Aufträge im Ask. Das ist eine normale Preisleiter. DOM steht für Markttiefe im Grunde, die der eben hier das liefert, was die Börse der eben liefert. Wichtig ist folgendes, ich möchte jetzt als erstes Mal darüber sprechen, wie ich Aufträge platziere, und danach möchte ich auf die Eigenschaften eingehen, und danach möchte ich auf die ATM-Strategien übergehen. Aufträge gibt es natürlich im NinjaTrader verschiedene. Also wir haben beispielsweise natürlich hier schon mal zwei Arten von potenziellen Aufträgen, die ich via Limit oder Market if Touched eben platzieren kann. Klar, ich kann natürlich auch nochmal, hier, ich mache das hier nochmal rein, kann ich natürlich weiterhin Aufträge platzieren auf der Schwarzseite. Also LMT steht für Limit-Auftrag, also das ist dieser türkise Hintergrund, ja, und den schiebe ich jetzt hier mal einfach nach oben, via One-Klick einmal anklicken, und dann wird der Preis verschoben. Steht, wie gesagt, für Limit, dann ist man hier eben ein Marktteilnehmer im Orderbuch, also wo wir hier mal sehen, bei diesem Preislevel sind 30 Kontrakte, wenn man im realen Umfeld hier einen hinzufügen würde, wären wir hier bei 31 durch diesen Limit-Auftrag. Der Market if Touched-Auftrag grün, mit dem grünen Hintergrund steht einfach dafür, das ist ein Auftrag, der lokal bei euch oder bei mir auf dem Rechner eben liegt, und im Endeffekt, sobald der Preis, eben dieses Preisniveau, wo der Auftrag im Moment liegt, angelaufen wird, wird ein Marktauftrag gesendet. Also Market if Touched, Marktauftrag sobald berührt, ja, wie man dann wahrscheinlich auf Deutsch sagen, und im Endeffekt ist das eine weitere Möglichkeit, die wir jetzt hier eben im Ninja-Trader 8 haben, zur Auftragsplatzierung im Dom. Wir sind jetzt hier ein Long, ein Kontrakt Long, und ich sage, und jetzt möchte ich den Stop platzieren, und ich habe jetzt hier unterhalb schon mal zwei Arten vom Stop platziert. Einerseits den normalen Stop-Auftrag, Stop-Market, dafür steht das Ganze, oder diese Abkürzung, ist im Endeffekt ein Auftrag, sobald eben dieser Kurs, oder der Kurs eben dieses Level, jetzt von dieser 25.837 erreichen würde, wird ein Marktauftrag gesendet. Wichtig ist folgendes, Aufträge mit der Continuum-Technologie liegen entweder direkt an der Börse, oder auf den Trading-Servern. Also sprich, wenn du deinen Rechner ausschaltest, ist der Stop trotzdem noch im Markt, und wird eben ausgeführt. Die zweite Möglichkeit, oder der zweite Auftrag, den wir hier unten noch sehen, das ist eben hier dieser Stop-Limit-Auftrag, und hier muss man ein bisschen vorsichtig sein damit. Der Stop-Limit-Auftrag, speziell zum Ausstoppen aus einer Position, also sprich, wenn es euer Stop-Loss ist, bietet euch nicht die Sicherheit, die eben der normale Stop-Auftrag hat. Ich platziere ihn hier nochmal, oder mit der mittleren Maustaste übrigens, Entschuldigung, das hatte ich jetzt übersehen, dann kann ich hier eben einen Auftrag versehen, mit einem Limit-Preis. Also wenn man jetzt hier in den Trade eingeht, könnte ich sagen, ich möchte maximale Slippage eben zulassen. Wenn ich jetzt sage, hier 2, dann habe ich eben im Effekt einen Auftrag, oder einen Stop, der mir hier eben dann maximal Slippage eben gibt, von 2 Pips, oder 2 Ticks in diesem Fall. Also hier bitte, aber zum Einstieg ist das mit Sicherheit relativ interessant, speziell wenn man News handelt, kann man hier auch im Future eine Art Slippage Control, wie vielleicht manche von euch aus dem Forex-Bereich kennen, eben anwenden. Wir sind jetzt hier lang und haben ausnahmsweise mal einen Trade, der ins Plus läuft, und normalerweise läuft das bei mir anders. Trotzdem möchte ich jetzt mal Folgendes machen, ich möchte eigentlich den ganzen Trade haben, mitten im Stop-Loss und dem Target. Und wir nehmen das Ganze oder nennen das Ganze in der Trader ATM-Strategie, gehe ich vielleicht gleich da mal drauf ein, fortschrittliches Trade-Management. Und das fortschrittliche Trade-Management fängt da an, mit der Platzierung von dem Stopp und mit der Platzierung von dem Gewinnziel. Das ist in der Fachsprache sagt man dazu auch gern Bracket-Order, also so Klammern rum, also Sicherheitsklammern rum um deinen Trade. Und ich definiere mir hier jetzt erstmal mit euch eine ATM-Strategie. Ihr seht jetzt hier unten den Punkt ATM-Strategie nicht definiert. Ich habe jetzt hier glaube ich 1, 2 schon mal vordefiniert. Wir machen jetzt aber miteinander schnell eine neue, gehe auf Benutzer definiert und dann gibt mir Ninja-Trader hier schon mal einiges vor. Kann natürlich mit mehreren Gewinnzielen arbeiten, wenn ich natürlich mit mehreren Kontrakten arbeite. Das Ganze funktioniert natürlich auch. In diesem einfachen Beispiel möchte ich jetzt einfach Folgendes machen. Ich mache jetzt hier meinen Stop-Loss von 20, mache einen Gewinn von 60 und werde mir das jetzt hier mal speichern als Vorlage und sage jetzt einfach mal FX-Flat. Eins nenne ich das Ganze mal und speichere das Ganze als Vorlage und kann jetzt natürlich, da der Trade offen ist, das Ganze trotzdem nochmal anwenden. Und das möchte ich euch jetzt mal zeigen, weil die Frage oft kommt, in dem Fall auch kann das. Gehe jetzt hier mal auf Positionen und da sehen wir hier diese DAU-Position unter den Punkt-Positionen mit drinnen. Und da, wenn ich hier einen Rechtsklick mache, kann ich hier beispielsweise eine ATM-Strategie anwenden. Gehe jetzt hier auf FX-Flat und dann setzt er mir hier in diesem Fall eben das Ganze vom letzten aktuellen Kurs. Also im Endeffekt, wo ich das platziert habe, war eben, waren wir gerade bei der 61 und das setzen wir dann eben hier in diesem Fall die ATM-Strategie, den Stopp eben bei der 41. Also sprich, du kannst trotzdem, trotz aktuellen Trade, kannst du natürlich hier weiterhin mit Stopps und Targets arbeiten. Wir sehen auch hier rechts im Chart-Trader, dass das Ganze auch platziert worden ist. Also Peter hat eine Frage, kann ich mit NINETRADER auch Imbalances anzeigen? Das ja. Und bitte konkretisiert den Punkt zeitbasiert konfigurieren. Das kenne ich jetzt nicht. Also Footprint-Charts, das ist der Punkt, um was Peter hier geht. Das ist jetzt nicht meine Spezialdisziplin, muss ich sagen, aber soweit ich kann, werde ich es beantworten. Also die Frage von Peter war eben, kann ich mir mit Hilfe von NINETRADER auch Imbalances, das ist ein Ausdruck von Footprint-Charts, anzeigen lassen, kann ich diese auch zeitbasiert konfigurieren? Okay, eine weitere Frage von JD, kann ich mir den Verfallstag und den, bei den Rohstoff-Futures den First Notice Day im Chart oder in der Kontoleiste anzeigen lassen? Theoretisch ja, praktisch haben wir hierfür keinen Indikator offen gesagt. Im Endeffekt, was passiert, das ist ja im Endeffekt, was hier passiert, ist Folgendes, die Daten, um die es dir geht, sind ja statisch, also der Verfallstag und auch der First Notice Day, der ist ja im Vorhinein bekannt. Mir im Endeffekt, ganz offen gesagt, ist es so, dass wir hier nichts machen. Wir haben natürlich im Kalender oder wir haben intern im NINETRADER auch einen Kalender, der natürlich das Ganze berücksichtigt, aber im Endeffekt plotten wir das nicht. Aber das ist eine interessante Idee, offen gesagt, das eben einzufügen. Also das Einfügen selber oder so ein Indikator dafür zu erstellen, ist ehrlich gesagt nicht die Thematik, weil hier eine statische Website eigentlich abgefragt wird. Aber das ist ein guter Punkt. J.D., das schreibe ich mir auf oder ich hoffe, ich merke es mal. Ich merke gerade, ich habe keinen Stift da. Weitere Frage von Sebastian. Nach der Trailing-Stop-Funktionalität. Da geht es jetzt darum, also wie gesagt, leider hatte ich jetzt hier ein Trailer, der gleich mit dem Bus gelaufen ist. Normalerweise ist es ja anders. Ich schließe den jetzt hier mal und gehe jetzt dann eben mal bei den ATM-Strategien ein bisschen weiter. Wir haben jetzt eine ganz stupide ATM-Strategie definiert. Die hat einen Stopp drin, die hat einen Target drin und die sind einfach eine gewisse Art und Weise sind die entfernt. Wir haben im Niner-Trade aber weit mehr Möglichkeiten und gehe jetzt hier nochmal auf Benutzer definiert und möchte jetzt hier im zweiten Schritt mal ein bisschen was bauen, das ein bisschen komplexer ist. Und ich sage jetzt einfach mal, mir geht es jetzt hier mal, wir handeln jetzt hier mal drei Kontrakte, der Markt fällt. Ich bin eher auf Short interessiert und ich arbeite jetzt hier mal mit drei Gewinnzielen und stelle mir das Ganze jetzt hier mal ein. Ich sage jetzt hier mal alle, wir arbeiten hier mit dem 100-Dollar-Stop, wir sind im Minidau unterwegs und sage den ersten Skalier raus bei 20 Punkten 40, 60 dann, um das einfacher zu halten. Punkt ist der, also wie gesagt, wir haben jetzt hier im Grunde dasselbe nochmal wie vorher rein. Das Ganze speichert jetzt immer unter 1, 2, dass man sieht, wie das Ganze dann aussieht. FX-Flat 1, 2, gehe jetzt hier mal Short und dann sehen wir hier das Ganze ohne jetzt mal Stopp und Target, dass wir hier eben mit Trailing-Stop-Varianten arbeiten, aber so schaut das Ganze aus. Wir werden das jetzt aber gleich verfeinern. Ich schließe das Ganze jetzt, aber so wird das Ganze dann auch ausschauen. Trotzdem haben wir dann eben noch weitere Schritte eben mit drinnen. Ich gehe jetzt mal auf diese FX-Flat 1, 2, die ich da gespeichert hatte, eben mit diesen drei Gewinnzielen, 20 Ticks, 40, 60 und definieren wir hier mal diese Stopp-Strategie. Die Stopp-Strategie sagen wir dazu, dass wir hier beispielsweise eine Auto-Break-Even-Variante haben, dass wir eine Trailing-Variante haben und so weiter. Die Auto-Break-Even-Variante ist die simpelste. Das bedeutet quasi, okay, ich bin 10 Punkte plus, ziehe mir den Stopp nach auf den Einstand, also wo ich in den Trail reingegangen bin, plus XYZ. Also diese Plus Null hier steht für XYZ. Der Gewinn-Trigger, das nennen wir, ist das Ganze, ab wo wir ein Plus sein müssen. Ich sage jetzt einfach mal, der Gewinn-Trigger ist 10, dann möchte ich, weil sobald wir 10 Ticks, 10 Punkte hier im Mini-Dao im Plus sind, soll mir der Stopp nachgezogen werden auf Einstand plus ein Punkt. Ganz easy, also im Endeffekt wir ziehen den Stopp einfach nach, alles wunderbar. Ist eben jetzt hier mein Setting für Kontrakt Nummer 1. Okay, Kontrakt Nummer 2 arbeite ich jetzt hier beispielsweise mit einer Trailing-Funktion, die ich auch in mehreren Schritten unterteilen kann. Die Idee dahinter, warum wir hier mit mehreren Schritten arbeiten, ist folgende, man möchte den Trade womöglich am Anfang ein bisschen mehr Raum geben und vielleicht, wenn der Trade wirklich in den Bereich geht, wo ich sage, okay, ich bin 50, 70, wie auch immer, wie ihr tradet, 50, 70, 80 Punkte im Plus, da möchte ich keinen Raum mehr zulassen. Es gibt auch in dieser Fachsprache, wenn man Bücher liest, sagt man, okay, ein Trade braucht einen gewissen Raum zu atmen. Das Ganze kannst du hier umsetzen. Wir haben in diesem Fall ja einen relativ engen Stopp von 20 Ticks gewählt und jetzt kann man aber hier mal beispielsweise sagen, wir arbeiten jetzt hier mit zwei Auto-Trail-Varianten, wo ich jetzt einfach mal sage, der Gewinntrigger, der ist eben hier wieder der entscheidende Punkt. Ich sage, ab dem Gewinntrigger von fünf Punkten soll er mir schon mal den Stopp ein bisschen verschieben. Den Stopp-Loss schiebe ich dann anstatt 20, schiebe ich ihn einfach mal zehn Ticks hinter dem, wo wir aktuell sind. Also nochmal erklärt, wir gehen in den Trade rein, wir laufen fünf Punkte ins Plus und dann wird im Endeffekt folgendes gemacht, dass er eben dann den Stopp-Loss auf den aktuellen Kursniveau eben zehn Punkte nachtrailt. Die Frequenz, sage ich jetzt einfach mal so, den soll er erst plus bei allen fünf Punkten oder zehn Punkten soll er das anwenden. Also wir geben den Traitor relativ viel Raum und aber sobald wir hier beispielsweise bei 20 Punkten plus sind, möchte ich weniger zulassen, bleibe nochmal bei zehn und sage alle zwei Punkte soll hier der Stopp nachgezogen werden. Das Ganze kann man relativ schön üben, komme ich dann gleich auch nochmal drauf, wie ihr das Ganze nochmal auch mit unserem simulierten Datensit testen könnt. Also ihr müsst jetzt hier nicht warten, bis eben der Trade eben genau oder der Markt genau das macht, was ihr hier testen möchtet. Ihr könnt das Ganze relativ schön und einfach auch üben. Genau, das ist jetzt hier mein zweiter Stopp, sage ich mal, den ich hier nochmal hier verwalte und mit dem dritten habe ich noch was anderes vor. Das zeige ich euch jetzt aber gleich. So, der Markt, ich gehe jetzt hier nochmal short, hoffentlich läuft der Markt ein bisschen in unsere Richtung. Wie gesagt, wir haben jetzt hier eben die einzelnen Stops so gewählt, wie gehabt. Wenn wir sobald wir fünf Punkte im Plus sind, werden wir hier das erste Mal sehen, dass sich hier ein Stopp bewegt oder dass hier ein Stopp nachgezogen wird. Hoffentlich ist das gleich der Fall. Für den dritten, also man könnte sagen, Runner wird ja gern gewählt in der Fachsprache, für den dritten Kontrakt, für den dritten Limit-Auftrag, für mein drittes Ziel. Habe ich jetzt ein bisschen Besonderes vor, das ist ganz elegant, glaube ich, oder man kann hier relativ elegant auch mit Indikatoren arbeiten. Du kannst nämlich Aufträge auch an, auch an, oder Aufträge kannst auch an Indikatoren anfügen, als Beispiel. Möchte ich das bloß mal kurz mal zeigen. Ich hole mir hier einfach mal einen Indikator rein. Ich glaube, das ist jetzt hier so ein Supertrend. Wenn ich mich irre. Das war es nicht. Zack. Okay, wir haben jetzt schon mal gesehen, übrigens, wenn ihr in den Chart schaut, habe ich hier keinen Supertrend drin, da glaube ich. Okay. Ihr seht jetzt schon mal, dass hier eben der erste Auftrag nachgezogen wurde. Das ist für unser Gewinnziel 2, dass wir ein bisschen aggressiver nachtrailen, 5 Punkte plus, schiebt den Stopp nach auf 10 Punkte Stopp. von dem aktuellen Preislevel. Kommt noch eine Frage, gibt es eigentlich den Supertrend Indikator nach dem Ninja Turtle 8? Ja, Jürgen hat eine Frage nach dem Supertrend Indikator. Es gibt ehrlich gesagt zig Varianten vom Supertrend Indikator. Auch hier bitte im Forum schauen oder einschlägige Seiten gibt es ja auch in Amerika futures.io. Das kann ich hier glaube ich auch sagen. futures.io ist eine Webseite, die unendlich viel hat. Wenn du beispielsweise irgendwie so einen brauchst, schreibe mir einfach auch eine E-Mail und schicke ich dir drei durch oder was. Ich müsste es bloß ein bisschen suchen. Okay. Wir haben jetzt hier gesehen, dass eben hier der Stopp nachgezogen wird, genau nach dem Parameter, was wir eben hatten. Wenn der Markt 5 Punkte ins Plus läuft, ziehe mir den Stopp um 10 Punkte nach. Das war eben diese Änderung, die wir eben hier für diesen Fall 2 eben eingegeben hatten. Genau. Also da kann man relativ viel machen. Jetzt werden wir hier ausgestoppt, wird der erste Kontrakt hier rausgenommen. Dann haben wir noch zwei Kontrakte offen. Ich werde den dann, wenn wir hier ausgestoppt werden, schließen. Ein wichtiger Hinweis hier noch, also sind wir jetzt hier ausgestoppt worden, sobald er hier auf diesen Leisten, also hier diese horizontalen Linien, meinen S sieht. Das bedeutet schlichtweg Single. Das sind Single-Kontrakte, einzelne Kontrakte, die im Grunde jetzt vielleicht im Orderbuch nicht auf dem selben Level liegen. Das würde auch bedeuten, wenn ich jetzt hier, wenn ich beispielsweise zwei Kontrakte auf dem selben Preisniveau nacheinander platziere, dann hätten wir auch hinter diesen zwei Kontrakten auch ein S, weil die nicht auf dem selben Niveau liegen. Genau. Jetzt läuft der Markt gegen uns, also wir sehen jetzt hier auch mal so diesen Supertrend, ein Volatility-Stop ist im Grunde, ja, sehen wir hier bei der Arbeit aktuell ein Long-Signal, und, ja, und jetzt schließe ich da das Ganze mal im Minus, aber weil ich eben euch das nächste oder mal eine ganz interessante, coole meines Erachtens nette Geschichte zeigen möchte, eben hier jetzt mal diese FX-Flat-Variante 1, wo wir nur einen Stopp hatten und einen Target. Ich kaufe jetzt hier mal mit dieser Strategie oder mit dieser definierten ATM-Strategie und klicke jetzt hier mal auf dieses 1 Verkaufsstopp. Geht er drauf, also wie gesagt, so kann ich das natürlich im Dom oder im Chart auch verschieben, klicke jetzt aber, wenn ich es ausgewählt habe, auf die STRG-Taste der Tastatur. Also ihr seht, jetzt hier kommt Anhängen, ja, ich hoffe, das ist gut zu sehen, so eine Anhängfunktion, ja, auch diese Attached-to-Funktionalität, ich kann diesen Indikator, diesen Auftrag kann ich eben an den Indikator anhängen. Was jetzt passiert, wenn die nächste Minute kommt und der Markt steigt, wird der Stopp anhand dieser Super-Trends verschoben. Also das ist eine ganz elegante Geschichte, glaube ich, das Ganze funktioniert aber auch natürlich, sei es jetzt ein Gleitner-Durchschnitt oder, ja, oder, ja, egal welches Zeichenwerkzeug, das sich eben preislich eben auswirkt. Ja, also ganz eine schöne Geschichte, stellt euch vor, ihr habt einen, ihr habt einen tollen Trade, der läuft, und das ist natürlich dann der Idealfall und ihr müsst weg, ja, easy, ich kann eben diesen Stopp jetzt dann hier volatilitätsbedingt eben mit diesem Indikator eben anhängen, ganz eine elegante Geschichte, glaube ich, die eben sehr, sehr schön ist. Genau, jetzt haben wir hier ein bisschen über ATM-Strategien gesprochen, da war noch ein dritter Punkt da, und dieser dritte Punkt war hier in den Stopp-Strategien simulierter Stopp. Das ist eine Frage, die ich relativ häufig bekomme, kann ich einen Stopp platzieren, obwohl er nicht platziert ist? Also das ist, ehrlich gesagt, ist das ein Punkt, den ich nicht ganz verstehe, weil die ganze, weil unsere ganze Infrastruktur, unser ganzes, was wir eben vorhaben oder was wir eben versuchen, ist eben so latenzarm wie möglich den Zugang für unsere Kunden an die Börsen zu ermöglichen. Der simulierte Stopp, ist schon mal als erstes, um zuerst zu sagen, ist ein Stopp, der lokal bei euch auf dem Rechner liegt. Und was eben hier passiert, wenn ich hier mal auf aktivieren gehen würde, da kann ich einen sogenannten Volumen-Trigger eben definieren. Und das bedeutet folgendes, sobald das Orderbuch unter ein gewisses Niveau fällt, in diesem Fall wären es 20 Kontrakte, dann erst schickt ein Ninja-Trader von eurem Rechner an die Börsen einen Auftrag eben um den Stopp auszuführen. Das macht das natürlich bei Märkten, jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an, wie jetzt hier dieser Mini-Dao. Wir sind jetzt hier ja lang, macht das keinen Sinn, weil wir haben jetzt hier zwischen vielleicht mal 20, 30 Kontrakte hier im Orderbuch, aber es gibt natürlich andere. Schauen wir uns mal hier die Tenure an, da sehen wir hier natürlich dickes Volumen. also wir sehen hier 4.000 Kontrakte wie auch immer im Orderbuch und wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt hier beispielsweise sobald wir unter 500 Kontrakte fallen, theoretisch, dann wäre das hier ein bisschen denkbarer Weg, den man hier womöglich gehen möchte. Aber, wie gesagt, wir reden hier nochmal wiederholt über diesen Volumen-Trigger und dieser Volumen-Trigger ist wirklich maximal vermerkte, wie jetzt hier die Tenure, schauen wir mal was im Euro-Stox noch los ist. Naja, das sehen wir auch ein bisschen Volumen, aber nicht so viel. Ist auf jeden Fall da eine Möglichkeit, wenn das für euch wichtig wäre. Fakt ist, wenn ihr so mit so einem Volumen-Trigger arbeitet, bitte denkt dabei oder denkt dran, Risiko für Slippage ist natürlich echt da. Okay, wir haben jetzt vorher ein bisschen über das Orderbuch gesprochen, über den Dom. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, also das werde ich das nächste Mal nochmal deutlicher darüber sprechen, hier weit mehr eben noch zu definieren. Wenn wir hier beispielsweise einen Stop-Loss haben, wenn der Stop-Loss ausgeführt wird, ich kann automatisch einstellen, dass die Position gedreht wird. Ich weiß nicht, ist es vielleicht nicht jedermanns Sache, ich zeige euch das jetzt trotzdem nochmal. Das war hier, ich gehe jetzt hier mal raus und definiere mal hier eine neue Strategie. dass ihr das sehen könnt, wie das ausschaut. Arbeite hier mit einem engen Stopp von 8, Gewinnziel machen wir mal 40 und dann machen wir hier mal beim Stop-Loss-Drehen. Gibt es natürlich noch weit mehr, was man hier eben auswählen könnte. Übrigens gibt es jetzt hier auch noch diese Shadow-Strategie, die vielleicht für manche interessant ist, die Live-Handeln und Live-Umfeld nochmal mit Demo-Umfeld eben vergleichen möchten. Man kann jetzt hier beispielsweise auch mehrere Strategien eben nochmal testen. Ich sage jetzt mal so, ihr könntet verschiedene Strategien auch übereinander legen. Okay, jetzt machen wir folgendes mit dem Stopp, mit dem Gewinnziel. Ich gehe short und dann sehen wir hier folgendes, ich bin im Euro-Stocks, ich dödel, das wollte ich nicht. ich wechsle mal den Markt, ich wollte den in den DAO. Okay. Okay, jetzt haben wir es. Haben wir nicht, weil ich nicht ausgemeldet habe, Entschuldigung. Stopp, was auch gewinnt, 40 drehen. Okay. Jetzt aber. Okay. Okay. Also das sind jetzt ein bisschen so fortschrittlichere Tools, ob man das eben will oder nicht, ist eben die Frage. Also wie gesagt, das ist relativ flexibel. Was wir hier sehen, ist eben folgendes, wenn man diese Option beispielsweise wählt und man sagt, okay, ich werde ausgestoppt, ich möchte aber gleich long gehen, ich will hier nicht mehr manuell was eingeben, dann hat es hier NinerTrader auch einiges vordefiniert. Seht ihr hier in der praktischen Anwendung Stopp-Loss, dunkelrot im Endeffekt und gleichzeitig haben wir hier diese 2S-Single-Aufträge für den Stopp. Wenn wir hier angelaufen werden, sind wir long mit einem Kontrakt und wir sind wieder, dann halten dann natürlich auch gleich wieder das Ganze eben für, hätten wir das Ganze natürlich auch wieder dann auf der auf der Long-Seite, falls wir eben jetzt hier long gehen würden, ich schiebe das Ganze mal runter, dass wir hier eine Ausführung bekommen. Genau, wunderbar. Also gesagt, wir sind ausgestoppt worden, jetzt sind wir long und wir sehen, wieder drehen, falls wir falsch liegen. Teddy hat eine Frage, YM, Raute, Raute, Minus Raute, Raute, Minus den 0,9,18. Der Rauten-Kontrakt, das ist ein Endlos-Kontrakt. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, warum ich ihn verwendet habe. Ehrlich gesagt, der aktuelle Frontmonat, das ist auch der einzige Kontrakt, den man wirklich live handeln kann. Das ist jetzt hier, sind diese Kontrakte mit den Monatsangaben. Aktuelle Frontmonat ist eben, wie gesagt, wie du gesagt hast, der September. Ja, genau, also das ist der Endlos-Kontrakt, der jetzt aber mit der Continuum-Verbindung ehrlich gesagt nicht nötig ist. Also, ehrlich gesagt, ehrliche Antwort ist die, ich weiß gar nicht, warum ich das hier ausgewählt habe. ja, aber, ja, genau. Okay, abschließend, da kam ja auch die Frage dazu, nach diesen Volumentools, und wir sehen jetzt eigentlich hier schon, ein Volumentool, das wir jetzt hier in MinerTrade 8 eben vordefiniert haben, das ist jetzt hier der VWAP, Volume-Wated Average Price, mit Standardabweichungen, aber auch mit diesen Blocktrade-Kreisen, nenne ich das Ganze mal. Ja, da waren wir vorher, genau, wir sehen jetzt hier eben Blocktrade-Aktivität, das kann eben MinerTrader, die Orderflow-Plus-Funktionalität von MinerTrader kann das. Ich möchte euch ein bisschen was erzählen über diesen Indikator, weil eben speziell diese Orderflow-Tools, diese Volumentools eben ein bisschen immer beliebter werden. Geh dazu mal hier in diese Indikatoren mit rein, was du damit eben machen kannst, ja, und dieser Trade-Detektor, den habe ich jetzt hier mal definiert, mit einem Minimum von 25 Kontrakten. Also wir bekommen jetzt jedes Mal, in diesem Fall, wenn 25 Kontrakte mit einem Trade, mit einem Blocktrade gekauft, verkauft werden, bekommen wir hier so einen Kreis. Ich habe jetzt hier natürlich auch verschiedene Auswahlmöglichkeiten, das Ganze nochmal für mich zu definieren. Man kann hier eine Marker-Size, also die Größe von diesen Kreisen kann man definieren und das Ganze auch nochmal für eine Handelssitzung oder für den sichtbaren Bereich eben definieren. Das ist eine ganze coole Geschichte, finde ich, weil man eben schon sieht, wann denn mal ein größerer Marktteilnehmer denn aktiv war und wann nicht. ist auf jeden Fall interessant, diese 25 Kontrakte habe ich einfach ausgewählt, weil es eben dann doch eine gewisse Größe hat. Wir sehen jetzt hier beispielsweise, hier hat man eine 35 gekauft, dann waren es hier mal 26, dann in die Aufwärtsbewegung rein, hat hier oben dann auch eine 25 Kontrakte gekauft. Also man kann im Grunde mit diesen Orderflow-Plus-Tools oder generell mit diesen Volumen-Analyse-Tools erreicht man schon Folgendes, man bekommt den Blick wirklich in die Kerze rein und muss eben das Time und Sales nicht offen haben. Das ist auf alle Fälle, glaube ich, eine ganz elegante Geschichte. Was ich eben heute noch zeigen wollte, und das ist so ein weiteres Screen, den ich da ein bisschen vorbereitet hatte, war eben hier dieser VWAP in Kombination mit einem Range-Chart. Ich weiß es nicht, wer eben Range-Charts von euch benutzt oder ob jemand schon von euch Range-Charts schon mal gehört hat. Ein Range-basierter Chart, der hat im Endeffekt hier, ihr seht es hier oben stehen, eine Größe von 8 Range, also von 8 Ticks. Also da zählt nur bei so einem Range-Chart die Größe von der Kerze, es zählt nur die Bewegung des Marktes und nicht die Zeit und nicht das Volumen, das was gehandelt worden ist. Wenn mir die meisten Trader kleben, ja an dem 5-Minuten-Chart, 15, 60, wie auch immer, der hat eine relativ schöne Eigenheit, sage ich mal, erst mal werden Range-Charts relativ gern benutzt für automatisierte Systeme, aber auch im Endeffekt haben die einfach einen schönen, eleganten Vorteil. Die Zeit wird ausgeblendet und im Endeffekt wird man nicht vom Marktrauschen wirklich abgelenkt. Im Endeffekt sind Bewegungen relativ schön und sauberer bemerkbar, wie eben beispielsweise einen Minuten-Chart, wo man vielleicht kurz mehr rausgefaked wird. Ist auf jeden Fall ein Bereich oder eine Art und Weise des Handelns, was sehr, sehr beliebt ist, ehrlich gesagt, im professionelleren Handel. War vor Jahren extrem beliebt. Mittlerweile gibt es schon weiterführende Chart-Möglichkeiten, aber der Range-Chart wollte ich eben euch aus diesem Grund eben vorstellen, weil er eben sehr gute Daten braucht und eben weil er eben glaube ich eine Möglichkeit bietet, bei extrem schnellen Märkten euch eben trotzdem noch mal die Markt-Tendenz eben schöner zu zeigen und im Grunde auch zu zeigen, wo eben die letzten Verlaufshochs und so weiter waren. Kann man im Range-Chart relativ schön sehen. Ist auf alle Fälle eine relativ schöne Geschichte, weil er eben die Zeit rausnimmt und auch das Volumen beispielsweise rausnimmt. Wenn ich jetzt ein bisschen hier über diese ganzen Möglichkeiten spreche, ich bin jetzt hier ein bisschen rübergewandert zu den Chart-Darstellungsarten, möchte ich kurz noch mal anreißen, was alles möglich ist oder was standardmäßig möglich ist. Also es ist natürlich weit mehr möglich. Wir haben jetzt hier als Chart-Typen schon mal definiert und das ist jetzt alles hier bis auf eins, was ich sehe, Standard-Tick-Charts, was eben die größte Auflösung ist, was du eben in der Börsenwelt eben an Daten dir anzeigen lassen kannst. Volumen- und Range-Charts, das sind übrigens alle Tick, alle drei Dinge sind Tick-basiert. Also hier wird eigentlich immer jeder Trade reingeladen, weil es extrem genau sein muss. Wenn man hier gegenüberstellt, eine Minuten-Chart als Beispiel, da zählt nicht jeder Trade, sondern im Endeffekt nur die Eröffnung, der Schlusskurs, das Tief und das Hoch. Währenddessen hier jeder einzelne Trade, bei den oberen drei, jeder einzelne Trade natürlich reingeladen werden muss. Dann haben wir hier Heike Naschi, was ich glaube speziell im Forex-Bereich relativ beliebt ist, KG Renko. Renko-Chart hat ja Vor- und Nachteile. Renko-Charts selber habe ich nie hergenommen. Point-and-Figure, Line-Break-Charts, Volumetric-Bars und dann habe ich hier ein Add-On geladen, ein kostenloses ehrlich gesagt. Das ist so eine Kombination aus Renko- und Range-Chart. Ich lade den jetzt hier mal, es kann sein, dass das jetzt ein bisschen dauert. Ich habe jetzt hier auch nicht die idealen, sicher nicht die idealen Settings, aber was hier versucht wird, oder was eben, soll ich nicht solche Tools machen, so Add-On-Tools machen, oder was hier speziell viel versucht wird, ist folgendes, den Kurs zu glätten. Also viele Verkäufer von Tools, als Beispiel, wenn ich das jetzt mal so nennen kann, versuchen natürlich, irgendwann Mehrwert zu bieten. Es gibt natürlich auch viel Mist, möchte ich nicht sagen, dass das alles toll ist, aber es gibt auch einige Tools, die wirklich cool sind, man findet auch einiges kostenloses und die versuchen hier beispielsweise den Kurs zu glätten und im Endeffekt ist das Ganze, ich glaube, relativ einfach zu sehen, nach der Öffnung oder Öffnung des Marktes, Marcelow, und dann hat man hier eigentlich ab 10 vor 4 hat man eigentlich eine Aufwärtsbewegung. Ganz interessant, auf alle Fälle kann ich jedem raten, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen, wenn man ein bisschen aktiver handelt. Die Gefahr möchte ich trotzdem dazu ansprechen, ist natürlich Overtrading ein bisschen, weil man eben dazu neigt, dann womöglich zu viel oder in zu kleinen Zeiteinheiten reinzugehen. Aber trotzdem glaube ich, eine ganz coole Geschichte. Abschließend bei dem Webinar heute noch einen interessanten Punkt, weil wir hier dieses Gap haben. Ja, wir haben ja hier dieses Gap hier drinnen, das ist vom gestrigen Schlusskurs zu heute. Also gestern war ja Feiertag, also da war ja verkürzter Handel. Gut, daher ist es da 7 Uhr oder 19 Uhr deutscher Zeit, hat man hier einen Gap. Und im Grunde ist es so, schauen wir mal nochmal, ja, da haben wir mal ein vernünftiges. Wir haben hier ein Gap eben von 22.15 Uhr bis eben dann 15.30 Uhr. Also die Darstellungsart, die ich hier gewählt habe, sind diese Regular Trading Hours. Also die Amis haben wir eigentlich bei den US-Indizes, haben die zwei Handelssitzungen. Ich zeige euch das mal schnell, weil vielleicht ist das was, was euch interessiert. Gehe jetzt hier mal in die Datenreihen rein und dann mal hier unter dem Punkt Handelszeiten bitte schauen. Also ich habe jetzt hier mal gewählt, CMI, US Index Futures, RTH. Also dieses RTH, Richard Theodor Heinrich, steht für Regular Trading Hours, also die regulären Handelszeiten. Das ist auch dann, wenn im Endeffekt die US-Aktienbörsen offen haben. Das ist dieses Template oder das ist diese Handelszeitenvorlage. Standardmäßig haben wir diese elektronischen Handelszeiten und da werden wir gleich sehen, dann haben wir hier kein Gap drin, weil natürlich die Bewegung natürlich dann in der Nacht eben ausgeklammert wird. Also sprich, wenn ihr jemand seid, der sagt, okay, ich möchte jetzt hier beispielsweise mich auf den US-Markt fokussieren. Ich bin jetzt jemand, ich handel den Dow, ich handel den M&S&P, Nasdaq, wie auch immer oder auch Öl. Macht es wirklich zum Teil Sinn, wirklich sich die Haupthandelszeit nochmal separat anzuschauen. Wenn du mit zwei Mausklicks kannst du das im Miniatrader machen. Und ja, es war noch eine Frage, die möchte ich jetzt noch drauf eingehen bezüglich der Volumetric Bars. Jetzt hole ich mir hier noch meinen Chart her und lade mir hier mal diese Volumetric Bars rein, weil eben eine Frage hier war bezüglich der Imbulences. So, Imbulences. Können wir es Delta definieren? Okay. Okay. Also so schaut das bei uns aus. Jetzt weiß ich nicht mehr, das war, glaube ich, von Peter war die Frage, also wie gesagt, das ist relativ schnell, lädt das sehr, sehr schnell, aber was du mit dieser zeitlich versetzten meinst, vielleicht kannst du mir da nochmal eine E-Mail schreiben, dann könnte ich das noch rausarbeiten. Wie gesagt, ehrlich gesagt, Footprint ist jetzt nicht mehr Stärke. Daher würde ich mir das gerne nochmal anschauen. Okay. Wunderbar. Dann möchte ich mich bei euch bedanken. Wir haben ja doch relativ viel in der Kürze der Zeit angesprochen, also mir ist einfach darum gegangen, dass wir hier erstmal ein bisschen über die Analyse lernt. Klar, Charts öffnen kann jeder. Abschließend vielleicht doch noch einen Punkt, wenn wir uns hier mal den Mini-DAO nochmal drüberlegen. So, wir haben hier 5 Minuten. Machen wir hier nochmal eine Schlusskurslinie. Zack. Und leg das mal übereinander. Können wir auch mal ein Daily nehmen. Was natürlich immer interessant ist, meines Erachtens ist jetzt schon, wenn man eben irgendwo schon erkennt, also wie gesagt, speziell die Amis machen das. Die Amerikaner haben den Vorteil, die haben den Nasdaq, die haben den Mini-DAO, den haben den ES und den Mini-Russell. Also die haben an sich vier Indizes, die man analysieren kann. Die Europäer, sage ich mal, in Europa ist es schwieriger. Ich weiß jetzt nicht, wie stark die gemeinsam trenden. Jetzt beispielsweise der französische Index, Eurostox, DAX, wäre auf jeden Fall auch eine interessante Geschichte, hier mal was zu überlagern. Aber Fakt ist, was man eben jetzt hier sehen kann, ist natürlich schon die Stärke, speziell von den US-Indizes, speziell jetzt in der letzten Zeit, August. DAX gibt ja ab, also der kriegt, muss man sagen, kriegt Prügel und die Amis sind stark. Also diese Abwärtsbewegung, die wir ab diesem Zeitpunkt sehen, ab August eigentlich im DAX, sehen wir im DAO nicht. Da haben wir nicht gesehen, also der ist deutlich angestiegen. Könnte man auch noch mal hier den Nasdaq mal drüberlegen, vergleichsweise, der sollte noch stärker sein. Der ist noch stärker. Also wir können auch hier eben verschiedene Indizes überlagern mit einem Blick, was glaube ich relativ interessant ist. Das Ganze funktioniert natürlich auch bei Währungen. Zum Dollar bietet sich natürlich an, dass man den Euro zum Dollar oder britischen Pfund zum Dollar mal übereinander lagert, dass man hier auch sieht, okay, wann sind hier Stärken da von dem einen Markt zum anderen. Auf alle Fälle glaube ich, eine ganz interessante Geschichte. Also hier Überlagerung der Nasdaq als Chart hier zu sehen, also mit dem Candlestick Chart und unterhalb dann der Dow Jones, der deutlich schwächer war, wie eben der Nasdaq, aber trotzdem, wie wir vorher gesehen haben, der DAX deutlich im Hintertreffen. Genau. Wichtig ist mir bitte Folgendes, wenn ihr Fragen habt, bitte kontaktiert FXFlat oder kontaktiert auch mich, mein E-Mail-Interesse habt ihr. Ich werde euch auf alle Fälle dazu auch gerne die Fragen beantworten. Nehmt euch die Zeit, das Ganze kennenzulernen. Die Demo läuft ja 14 Tage mit Live-Daten der US-Börsen und schaut euch das Ganze an und ja, solltet ihr Fragen haben, gebt mir bitte Bescheid oder auch dann den Kollegen von FXFlat und würde mich freuen, von euch zu hören und ansonsten möchte ich mich bedanken für eure Zeit und in zwei Wochen, war jetzt ein paar Tage später dran, zweieinhalb Wochen werden wir uns wieder hören, dann am Donnerstag und dann können wir ein bisschen vielleicht mehr, ein bisschen über Automatisierung, Backtesting und so weiter können wir uns beispielsweise anschauen. Genau, gibt es ja unendliche Möglichkeiten. Genau, Sebastian, bitte schreibt mir eine E-Mail und vielleicht, genau, Peter war es glaube ich, Peter, wenn es geht, schreibt mir auch eine E-Mail, weil ich glaube, das ist ein Punkt, offen gesagt, wo ich die Kollegen fragen muss. Genau, wunderbar. Danke euch und einen schönen Abend und gute Trades.